Ja, die Carina ist unsere dritte Kandidatin im Bunde. Auch für sie gilt es heute ein Halloween-Outfit bei Müller zusammenzustellen. Auch du bekommst drei Minuten Zeit und musst dein Outfit zusammenstellen, das heißt ein Kostüm mit Accessoires. Das können sein, Perücken, Hüte, Taschen, was du findest. Es soll ein gruseliges Halloween-Outfit werden. Alles klar? Auf die Plätze, fertig, los! Jawohl, es schaut nach rot aus. Was könnte man da dazu tragen? Es gibt ja alles, Haarreifen, Perücken, Hüte, alles ist möglich. Jawohl, Strumpfhose ist schon mal gefunden. Jawohl, eine Krone ist mit eingepackt. Wieder was gefunden. Ein, ich glaube, Besen ist es. Die letzte halbe Minute ist im Laufen. Fertig! Nach zweieinhalb Minuten haben wir das Outfit gefunden. Sehr gut! So, liebe Carina, für den zweiten Teil deiner Aufgabe haben wir uns eine Expertin dazu geholt. Die Alexandra von Beautify Yourself wird dir helfen, ein Halloween-Make-up passend zu deinem Kostüm zu machen. Auf ein gutes Halloween-Make-up! Auf die Plätze, fertig, los! Also, der erste Griff geht zum Schwarz und die Augen werden gleich mal ein bisschen dunkler. Es wird immer dunkler, immer schwärzer. Der nächste Griff geht zum Lippenstift. Machen wir mal die Alex. Wie stellt sich denn unsere dritte Kandidatin bis jetzt an? Ja, ganz gut. Also, ein bisschen Augenschatten schauten immer ein bisschen gruselig und krank aus. Die letzten Sekunden. Jetzt kann noch der Feinschliff gemacht werden, ein bisschen mehr Blut. Und dann sind wir auch gleich am Ende. So, wie schauen wir aus? Die letzten zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Fertig! Sehr gut! Wunderbar! Auch Carina hat ihr Outfit mit Make-up zusammengestellt und so sieht es aus, ihr fertiges Halloween-Outfit. Auch dieses Outfit und Make-up wird jetzt wieder bewertet von unserer Jury. Die letzte und dritte Wertung. Wie schaut die denn jetzt aus? Bitteschön. Wie seid ihr jetzt auf diese Punktezahl gekommen? Ja, also sie hat ein bisschen überfordert gewirkt am Anfang, aber schlussendlich ist sie eigentlich ganz gut geworden. Ja, natürlich gibt es auch bei der Halloween-Battleship wieder einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und das ist mit 290 Punkten unser Titelverteidiger, der Nikolaus. Für dich gibt es 290 Euro in SCW-Gutscheinen. Herzlichen Glückwunsch! Und für euch beide gibt es aber natürlich auch was. 50 Euro von der SCW zum Shoppen. Danke fürs Mitmachen, ihr habt euch sehr, sehr gut geschlagen. Herzlichen Glückwunsch! So, jetzt hast du 290 Euro an Shopping-Gutscheinen gewonnen. Weißt du schon, was du damit machen wirst? Ich freue mich voll über das Geld. So richtig sicher bin ich mir nicht. Aber ich denke mal, Gewand ist nie eine schlechte Idee. Das trifft sich gut, weil der New Yorker, der eröffnet ja neu. Der baut gerade um und aus. Und ab 9. November kann man da vorbeischauen. Vielleicht ist ja was dabei. Okay, dann gehen wir zum New Yorker.